Heute machen wir eine virtuelle Ausstellung, besser gesagt eine virtuelle Vernissage, weil Corona uns noch nicht erlaubt, den Künstlern die Bilder öffentlich zu zeigen, deswegen diese Aktion. Ich werde euch meine Bilder zeigen, die ich in diesem Jahr, also im Corona-Jahr, gemalt habe und davon was erzählen. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie der Titel schon verrät, hat das Bild etwas mit Schmetterlingen, also stellt man sich vor, man wäre Schmetterling und würde man zwischen den Blumen fliehen und drumherum wäre Gold und frühe Farben, alles bunt, also ist ja Schmetterlingsgefühl sozusagen in diesem Bild. Das ist ein frühherbstliches Bild, wo alles noch blüht, aber sehr dezent und mit sehr warmen Farben. Also so eine Art Oktobergefühl habe ich auch im Oktober gemalt. Ich habe sehr viele Bilder in dieser Richtung, also so Frühling, Winter, Sommer und Herbst war noch nicht da und das ist ein Oktoberbild. Dieses Haus gibt es wirklich und zwar auf Rügen, in kleiner Städtchen oder Dorf Prora und als ich letztes Jahr, also vor Corona-Zeit, als wir noch reisen dürften, da habe ich dieses Haus gesehen mit diesem modernen, supermodernen Zigarettenautomaten. Das war so ein Kontrastbild. Ich dachte, das muss ich unbedingt malen. Also drumherum ist ja DDR und das ist der Westen und der Westen ist in DDR angekommen. Ein Bild aus einer Reihe, die ich hin und wieder male, so einmal im Jahr entstehen solche Bilder und das Thema ist, da zu sein, wo man sich wünscht. Also irgendeine archaische, sehr schöne Landschaft und wo du den Gedanken haben kannst, oh da möchte ich jetzt sein, das muss man unbedingt weiter haben und die Farben sollen ja uns ästhetisch sehr ansprechen und das ist ja das Letzte aus dieser Reihe. Dieses Bild ist auch aus einer Reihe und zwar habe ich ja ein Ritual oder besser gesagt eine Tradition, zu Weihnachten, am Heiligen Abend so besondere Bilder zu malen. Und das ist am letzten Weihnachten entstanden. Das Thema war Licht der Hoffnung. Also Licht der Hoffnung, die wir jetzt gerade sehr brauchen. Und ich habe versucht, die Farben zu finden, eine Farbkombi, die tatsächlich so eine Art Hoffnung und Kraft und Liebe vermitteln können. Und das ist daraus entstanden. Ich male sehr gerne monochromen Bilder. Also Bilder, wo eine Farbe dominiert, mit hell und dunkel natürlich. Und in diese Richtung habe ich ja sehr viele Bilder schon gemalt. Und eine Farbe war ja noch nie vertreten dabei. Und das ist Petrol. Und endlich habe ich das gewagt. Und das ist das Ergebnis. Und das hat auch was mit der Liebe zu tun, wie der Titel das verreibt. Auch ein monochromes Bild mit dem Titel Indian Summer. Ich habe versucht, aus dieser, man kennt ja die Bilder aus Massachusetts, so es sah, Nordosten, wo Indian Summer blüht und so in den Wäldern so ganz tolle Farben entstehen, so lachsige, orangige, dunkelrote Bordeaux Farben. Und aus dieser Farben habe ich ja eine Kombi gemacht und so ist ja das Bild entstanden. Und noch ein weiteres Bild Richtung monochrom. Dieses Mal lila. Diese Farbe hatte ich tatsächlich doch nie so genommen. Ich hatte ja sehr viel Magenta, so Richtung Rot-Violett. Aber so klassisch lila hatte ich noch nicht. Und ich dachte so, jetzt mache ich ja endlich lila. Und das ist das Bild. Und hier unser letztes Bild. Das Bild ist ja in völlig anderer Technik gemalt, nämlich mit Rakel-Technik. Und das, wie der Titel uns sagt, ist ja sehr skurril. Lockdown lights. Also Lockdown leuchten würde. Ist ja ein bisschen Humor dabei. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Bild jetzt fertig ist. Es braucht ja ein bisschen noch Feinheiten. Aber so kann man ja erst mal ausstellen. Ja, ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Und hoffentlich werden wir uns demnächst live sehen und all diese Bilder live beobachten und miteinander normal kommunizieren, wie wir das früher konnten. Bleibt gesund. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.